Der Rahmen bildet die Basis der Lok. Hierauf ruht der Kessel und hierin werden Räder, Zylinder, Federung, Zug- sowie Bremseinrichtungen aufgenommen. Der Rahmen muss deshalb recht stabil sein. Die Bauart ist stark abhängig von den zur Verfügung stehenden Produktionsmethoden und Anforderungen. Eine übliche Konstruktion ist der sogenannte Blechrahmen. Hier sind von vorne nach hinten zwei Längsträger aus 29 mm Stahlblech zu sehen. In der Querrichtung sind die Platten sehr flexibel. Sie sollten darum möglichst an vielen Stellen miteinander verbunden und versteift sein. Wenn die Querversteifung unzureichend war, nutzten die Lager schneller ab und sogar Rahmenbrüche waren die Folge. Die Achslagerführungen verstärkten zugleich die Rahmenausschnitte. Der Blechrahmen ist oft hoch, nicht selten mehr als ein Meter. Dadurch können innenliegende Teile schwer erreichbar sein. Das Drehzapfenlager ist einige Zentimeter nach links oder rechts seitlich verschiebbar. Die meisten Schnellzuglokomotiven haben vorne zwei Laufachsen in einem Drehgestell gefasst. Neben der Unterstützung der Lokomotive ist die horizontale Führung mindestens ebenso wichtig. Rückstellfedern sorgen dafür, dass das Drehgestell immer in den Mittelstand zurückkehrt. In dieser weichen Straße ist gut zu erkennen, wie das Drehgestell die Stöße abwängt und die Lok sozusagen durch die Kurven lenkt. Die 18201 hat übrigens einen sogenannten Barrenrahmen. Eine Seite der Achslagerführungen steht schräg in einem Winkel, um Stellkeile aufzunehmen. Die Stellkeile gleichen jedes Spiel in der Längsrichtung aus. Der Barrenrahmen enthält viele Aussparungen zur Gewichtseinsparung. Am Untergurt der Rahmen sind Hebel zu sehen. Diese sogenannten Ausgleichshebel verbinden die Federpakete mehrerer Achsen und verteilen die Schienenstöße sofort über das Fahrwerk. Sobald eine Achse hochgetrieben wird, werden die Nachbarachsen extra nach unten getrieben. Durch seinen niedrigen Aufbau verbessert der Barrenrahmen die Zugänglichkeit. Er muss aber in vertikalem Sinn durch Pendelbleche verstärkt sein und darf normalerweise auch nicht ohne Kessel angehoben werden. Der Rahmen würde unter seinem Eigengewicht durchbiegen. Die Pendelbleche sind hier deutlich oberhalb der Treib- und Kuppelräder zu erkennen. Die Pendelbleche sind flexibel in der Längsrichtung, sodass sich der Kessel ohne Probleme ausdehnen kann. Eine Schleppachse mit innenliegendem Lager unterstützt den Hinterkessel der 41-2-41. Diese Achse ist in einem Bisselgestell aufgenommen, das mittels einer Deichsel in den Kurven ausschwenkt. Die belgische 1002 hat eine Schleppachse mit außenliegenden Lagern, in einem sogenannten Delta-Rahmen. Hierin ist auch eine Rückstelleinrichtung aufgenommen. Seit den 30er Jahren wurden in Amerika Stahlgussrahmen aus einem Stück gegossen. Komplett mit Zylindern, Querverbindungen und Pumpenträger. In einem Fall sogar mit vier Zylindern und 23 Meter Baulänge. Diese Technik war in Europa nicht vorhanden. Allerdings entstanden in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg geschweißte Blechrahmen. Versteift durch Ober- und Untergurte, so wie hier bei der Baureihe 23. Diese Bauweise hatte André Chapellon für seine französischen Einheitsloks vorgesehen, die jedoch nie gebaut worden sind. Die 23023 wird von einem sogenannten Krauss-Helmholz-Lenkgestell geführt. Darin ist die Laufachse über einer Deichsel mit dem ersten Kuppelradsatz verbunden. Diese Kuppelachse ist um einige Zentimeter seitlich verschiebbar und die Laufachse schwenkt aus. Rückstellfedern zwingen die Deichsel wieder in die Mittelstellung. Diese Kombination funktioniert wie ein Drehgestell. Am Ende der Dampf-Ära wurden immer mehr Lokomotiven mit Walzlager statt Gleitlager ausgeführt. Obwohl die 23023 eine Personenzug-Lokomotive ist, hat sie vorne nur eine Laufachse. Die Führungseigenschaften des Krauss-Helmholz-Lenkgestelles gestatten dennoch 110 Stundenkilometer Höchstgeschwindigkeit. Das Krauss-Helmholz-Gestell ist auch unter der Baureihe 52 anzutreffen. Zudem kann auch die letzte Kuppelachse seitlich verschoben werden. Sonst würde diese 1E enge Kurven nicht schaffen. Die Kuppelstange am letzten Treibrad hat auch Seitenspiel. Zudem sind die Flansche der mittleren Treibachse geschwächt. Die Kuppelstange muss gegliedert ausgeführt sein bei mehr als zwei Kuppelachsen. Sonst könnten die Treib- und Kuppelachsen sich nicht unabhängig voneinander auf- und niederbewegen, um dem Gleis zu folgen. Beachten Sie die großen Stangenköpfe, in denen die Walzlager untergebracht sind. Einen guten Bogenlauf. Der Bogenlauf mit fünf Treibachsen erzielen, war schon recht aufwendig und noch schwieriger mit sechs Treibachsen. Dies war der Grund, den Lokrahmen aufzuteilen und gelenkig auszuführen. Die Mallette gehört zu den Gelenkbauarten und ist vom Ursprung her eine Vierzylinder-Verbundenmaschine. Die Hochdruckzylinder sitzen auf dem hinteren Triebwerk, das fest mit dem Kessel verbunden ist. Die Niederdruckzylinder sind auf dem beweglichen Triebwerk, das in den Kurven ausschwenkt, angeordnet. Durch die beweglichen Dampfleitungen strömt hauptsächlich Niederdruckdampf. Die Mallettes sind als Schlepptender-Lokomotive und als Tender-Loks gebaut worden. So wie bei den Loks der Harz-Querbahn. Der Mallette wuchs in Amerika zu riesigen Proportionen an. Einige Loks der Virginien besaßen Niederdruckzylinder von 1,22 Meter Durchmesser. Größer war unmöglich. Dann nämlich begann das vordere Triebwerk bei 25 Stundenkilometer bereits gefährlich zu schwingen. Deshalb wurde aus dem Mallette eine Art Articulated mit vier Hochdruckzylindern, wie zum Beispiel die Challenger der Union Pacific. Das vordere Triebwerk schwenkt jetzt so kontrolliert aus, dass diese Güterzug-Lok ohne Probleme mehr als 110 Stundenkilometer Geschwindigkeit einhalten kann. Die sächsische 4K ist die bekannteste Vertreterin der Maya-Tender-Lokomotiven, die überwiegend als Verbundloks ausgeführt wurden. Im Gegensatz zu der Mallette ist das vordere Triebwerk jetzt umgekehrt angeordnet, mit den Niederdruckzylindern in der Lokmitte. Zudem bilden beide Triebwerke ein Drehgestell. Garret-Lokomotiven haben zwei Gelenke. Der Kessel und das Führerhaus sind auf einem Brückenrahmen angeordnet, der sich mit zwei Drehpunkten auf herkömmliche Lokomotivfahrwerke von beliebiger Achsfolge abstützt. Das vordere Triebwerk trägt einen Wassertender, das hintere Triebwerk einen Tender mit Wasser und in diesem Fall Öl. Bei der Garret wird das Lokgewicht über viele Achsen und eine große Länge verteilt. Dadurch entsteht eine kräftige Lok mit einem relativ niedrigen Achsdruck. Wie eine Tender-Lok fahren sie gleich schnell vorwärts oder rückwärts. Wie eine Tender-Lokomotiven Die kenianische Reihe 59 fährt auf Meterspur, so wie die Harz-Querbahn oder Rätische Bahn zum Beispiel. Die stärkste Lok Afrikas wiegt jedoch 256 Tonnen, besitzt einen Kessel von 2,28 Meter Durchmesser. Ihre 38 Tonnen Zugkraft am Haken lässt die schwersten Güterloks in Europa verblassen. Die Kessel von Haken lässt die schwersten Güterloks in Europa verblassen. Die Kessel je intentar in der Kessel Seuss die haben. Die Kessel von Haken lässt das also auf einem landenöl整 hombre. Bis zum Beispiel B ventraie. Das war jetzt rein. Untertitelung. BR 2018